Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Heute, ich weiß, ich weiß, einen Tag zu spät, aber dafür gab es ja gestern ein Video. Also ich glaube, man kann es mir vielleicht irgendwie noch verzeihen, aber dafür ist der nächste Sonntag wieder safe. Also nächsten Sonntag ist die Episode auch wieder pünktlich da, aber heute mal einen Tag wieder verspätet, so wie das leider in letzter Zeit öfters der Fall war. Aber bald, bald nächste Woche, diese Woche, nächste Woche ist dann der große Stress in allen anderen Belangen hoffentlich etwas weniger geworden, sodass sich dann wieder alles pünktlich hochladen kann, alle Videoserien wieder genauso anlaufen können, wie es eigentlich immer geplant ist oder geplant war und wir wieder zu einem alten Rhythmus zurückfinden, den jeder mag und den jeder schätzt. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr eine wunderschöne Woche hattet. Wir haben ja einen sonderbaren Frühling, findet ihr nicht? Also ich finde, dass die letzten zwei Wochen oder auch die letzten drei Wochen, könnte man sagen, fast schon gruselig schön waren. Also so sieht Frühling nicht aus und so sieht aber auch der Spätwinter irgendwie nicht aus. Also wahnsinnig trocken, kein Schneefall, nicht mal Regen. Es ist die ganze Zeit sonnig, es ist nie auch nur eine Wolke am Himmel. Und das, obwohl es streckenweise verdammt, verdammt windig ist. Es gäbe also genug Potenzial, dass mal wieder die ein oder andere Kaltfront daherkäme, aber sie kommt eben nicht. Und ich möchte mich nicht beschweren an dieser Stelle, absolut nicht. Also für mich ist es wunderschön, auch wenn ich leider keinerlei Zeit habe, das ganze tolle Wetter zu nutzen. Ich weiß, was ich davon habe, nämlich, ja, wir haben bald keinen Schnee mehr in den niedrigeren Lagen, sodass Training weiter unten nicht mehr so anstrengend ist und nicht mehr so viel Equipment voraussetzt. Und das macht alles einfach ein bisschen leichter. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Wahnsinn, wie trocken es ist. Das ist für die Pflanzen nicht gut, das ist für die Wälder nicht gut. Das ist für sehr viel in der Ökologie gar nicht, gar nicht gut, dass wir so eine trockene Periode jetzt haben. Ich bin schon sehr gespannt, ob der April so wie die letzten Jahre wieder den Winter bringt oder ob wir es tatsächlich dieses Jahr sogar über den April mit Plusgraden und relativ moderatem Schneefall beziehungsweise moderatem Niederschlag ganz grundsätzlich, ja, drüber schaffen. Da bin ich echt, echt gespannt. Ich befürchte fast, dass wir es wie die letzten Jahre auch wieder mit einem späten Winter zu tun haben werden und dafür dann länger etwas von dem weißen Zeug haben werden. Aber mal sehen, wir können ja auch optimistisch sein und davon ausgehen, dass wir dieses Jahr einfach mal ganz, ganz früh in die Bergsaison starten können. Lustigerweise habe ich mir gestern noch Bilder angesehen von der aktuellen Zeit letztes Jahr und da lag tatsächlich signifikant weniger Schnee als jetzt. Und das, obwohl wir jetzt seit drei Wochen strahlenden Sonnenschein haben. Denn die Temperaturen sind doch signifikant niedriger als damals, als die letzten Jahre grundsätzlich zu dieser Zeit. Da hatten wir warme Tage und vereinzelte, ja, ich sag jetzt mal Sonnentage und dafür eben viele Schlechtwettertage. Aber es war immer so warm, dass Schnee gar nicht die Gelegenheit hatte, liegen zu bleiben und das auch in höheren Lagen. Wir hatten also oftmals diesen wasserdurchsetzten und durchfeuchteten Schnee in den oberen Lagen und das ist eben jetzt aktuell überhaupt nicht der Fall. Wir haben teilweise schon Firnverhältnisse und das auch noch in den niedrigeren Lagen. Es ist eine verrückte Zeit gerade. Es ist eine verrückte Zeit und genießen wir es, solange diese Zeit noch andauert. Ich hoffe, dass wir vielleicht jetzt so durch den Frühling durchkommen. Auch wenn ich natürlich weiß, dass das ökologisch betrachtet den ein oder anderen Nachteil auch hat. Insofern ein bisschen regnen darf es ja. Ich erlaube es ja. Ist ja gar nicht mal so schlimm. Da wäre natürlich meine Frage, was macht ihr denn eigentlich bei so einem wunderschönen Wetter? Ihr könnt mir das ja gerne mal schreiben an kontakt.alpenacademy.at oder auch in die YouTube-Kommentare. Da können wir uns auch gerne darüber unterhalten, was man bei so gutem Wetter eigentlich unternehmen kann und was ich gerade verpasse in meinem Stress. Ihr könnt mir auch gerne mal Vorschläge machen, was man denn so unternehmen sollte bei so schönem Wetter. Außer vielleicht mal hin und wieder sogar Eis essen, weil das ist tatsächlich auch bei uns schon möglich gewesen. Eis. Eis ist eigentlich ein gutes Stichwort für das heutige Podcast-Thema. Eis ist ja eigentlich was Cooles. Gibt es in allen Sorten, gibt es in allen Formen große Kugeln, kleine Kugeln und eigentlich sind wir uns alle einig, jeder hat so eine Eissorte, die ihm schmeckt. Es gibt kaum Leute, die kein Eis mögen und ich mag Eis ganz besonders. Ich bin ein Eisesser, aber ich bin auch ein Eisbeobachter. Ich stehe auf Eis, nämlich am Berg. Und da rede ich natürlich vom natürlich vorkommenden Eis, nicht unbedingt vom Eisdeckel, der beschissen abzufahren ist mit den Skiern. Nein, ich spreche vom Gletschereis. Und genau darüber reden wir heute, denn ich möchte die heutige Episode den Gletschern widmen. Es ist so schön, es ist so warm und es liegt selbst im Hochgebirge mittlerweile außergewöhnlich wenig Schnee auf. Im mittleren Gebirge ist es noch kalt genug, da liegt mäßig viel Schnee, aber es ist immer noch ein bisschen zu warm. Die Sonne ist schon relativ stark und es hat insgesamt einfach wenig geschneit im gesamten Winter, sodass es jetzt eben auch relativ wenig Schnee im Hochgebirge gibt. So, und das ist natürlich nicht gut für unsere Gletscher. Aber ich dachte mir, wenn wir heute die Episode den Gletschern widmen möchten, dann sollten wir uns vielleicht mal fragen, was sind eigentlich Gletscher und vor allen Dingen, was für eine Aufgabe haben sie eigentlich in der Ökologie? Was für eine Aufgabe haben sie für uns Menschen? Sind sie für uns wirklich einfach nur schön anzusehen oder sind sie tatsächlich absolut essentiell für das Überleben auf der Erde? Weder das eine noch das andere ist zu 100% richtig, aber eben auch nicht ganz falsch, je nachdem, wohin man schaut. Gletscher, und das ist eine ganz, ganz simple Definition, sind ganzjährige Eisfelder. Diese können in verschiedensten Formen aufkommen, sodass man eigentlich den einzigen Gletscher gar nicht so erkennen kann. Es gibt Hängegletscher, es gibt Kargletscher, Talgletscher, es gibt auch das berühmte Shelf-Eis, also quasi ganze Flächen, die komplett vom Eis bedeckt sind. Das ist dann beispielsweise in der Arktis und Antarktis der Fall. Das alles ist ein Gletscher im Prinzip, so von der Idee her, denn funktionieren tun sie allesamt gleich. Wir brauchen sehr, sehr niedrige Temperaturen und wir brauchen eigentlich relativ viel Schnee. Der Gletscher kann nur dann wachsen, wenn Schnee fällt und dieser Schnee sich über die Jahre immer weiter verfestigt und irgendwann sozusagen zu diesem besonderen Gletschereis wird. Und auch der Druck hilft dabei natürlich, wenn immer wieder neue Schneemassen draufkommen und diese nicht abschmelzen, also das Gletschereis, das alte, nicht abtaut und auch der neue, frische Schnee nicht wieder schmilzt und zu Wasser wird, dann verdichtet sich das über die Zeit immer weiter. Und wir haben dann so einen Gletscher, der eben unterschiedliche Ausprägungen haben kann, je nachdem wie kalt es ist, je nachdem wie viel es schneit, je nachdem wo es ist, je nachdem wie die Gebirgslage ist, haben wir es hier mit einem Flachland zu tun, wie oftmals in der Antarktis beispielsweise, oder haben wir es hier mit einem Hochgebirge zu tun, wie hier in den Ost- und Westalpen. Der Gletscher hat in Wirklichkeit eine einzige, sehr, sehr wichtige Aufgabe für sich allein, nämlich sich selbst erhalten und vor allen Dingen immer irgendwo hin fließen. Das ist zumindest bei unseren Gebirgsgletschern immer der Fall, denn sie bewegen sich, weil sie nie auf einem komplett ebenen Untergrund liegen. Das alles ist insofern interessant, weil wir dadurch eine spannende Dynamik sehen, die wir beobachten können. Wir können dem Gletscher mehr oder weniger zusehen, wie er sich bewegt. Das kann man beispielsweise am Großglockner sehr gut beobachten, man kann es am Ortler sehr gut beobachten, aber auch auf anderen Bergen, wie dem Großvenediger. Überall im Prinzip, wo man schon seit langer Zeit gewisse Aussichtspunkte hat, von denen man Fotos macht, die sehr ähnlich aussehen über die Jahre, kann man erkennen, dass sich der Gletscher bewegt. Aber vor allen Dingen kann man auch erkennen, dass er immer kleiner wird. Aber dazu komme ich dann im zweiten Teil des Podcasts. Jetzt wollen wir uns nochmal kurz mit der Frage beschäftigen, ob so ein Gletscher eigentlich für uns eine gewisse Relevanz hat, wenn es jetzt nicht nur ums Bergsteigen geht, sondern erstmal auch ums Überleben. Eine ganz grundsätzliche Aufgabe des Gletschers ist es nämlich, uns mit Wasser zu versorgen. Man will es nicht glauben, aber ein Großteil des Süßwassers, und damit meine ich wirklich, ich glaube, weit über 70 Prozent, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sind, des Süßwassers, sind in Gletschern gefroren. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, cool, also können wir sie eigentlich alle auftauen. Also wir schnappen uns jetzt hier ein paar, ja, ein paar Mikrowellen und Föhn, und dann gehen wir da hoch und dann holen wir uns das Wasser aus den Gletschern, und dann haben wir eigentlich die Süßwasserkrise in Afrika beispielsweise und Australien gelöst. Aber ganz so einfach ist das nicht. Denn das Gletscherwasser ist eigentlich genauso, wie es aktuell abfließt, dadurch, dass der Gletscher nach unten fließt, es dadurch auch wärmer wird, und damit eben, weil er in wärmeren Regionen damit liegt, flüssig wird, Eis, logisch. Dadurch gibt er sich selber sozusagen in sehr dosierten Dosen ab. Also er ist sehr gut dosiert, in einer Form eines Flusses beispielsweise, den man dann letztlich auch anzapfen kann, und dadurch tatsächlich frisches Trinkwasser erzeugen kann, beziehungsweise zur Verfügung hat. Das existenzielle Problem entsteht natürlich, wenn diese Gletscher irgendwann nicht mehr da sind. Diese Süßwasserspeicher, die versiegen nämlich, was maßgeblich mit der Erderwärmung zusammenhängt, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Dieses Versiegen führt langfristig dazu, dass, und jetzt hier kommen wir zu dem Problem auch für uns Bergsteiger und Wanderer, führt dazu, dass der Gletscher kleiner wird und irgendwann nicht mehr existent ist. Interessanterweise ist das für uns Bergsteiger aber gar keine gute Sache. Wenn wir uns genau damit beschäftigen, wie der Gletscher sich bewegt, dann werden wir erkennen, dass der Gletscher vor allen Dingen sehr viel Schutt und Schotter und Geröll mit sich her transportiert. Der Untergrund, auf dem ein Gletscher so herumrutscht, ist meistens nämlich nicht sehr solide, sondern besteht oftmals einfach nur aus Schutt und Geröll. Unter anderem entsteht dieses Geröllfeld auch dadurch, dass man auf den Seiten der Moräne ebenfalls Steinschlag hat, der eben von den Steilhängen vom Fels sozusagen nach unten kracht und mittransportiert wird. Wenn ein Gletscher irgendwann mal komplett abgeschmolzen ist, dann bleibt letztlich nur ein Schuttkar zurück, mit sehr tiefen und oftmals auch sehr, sehr großen, großen Steinen. Und diese Schuttfelder sind sehr, sehr schwer zu überwinden und vor allen Dingen sind sie auch nicht ganz ungefährlich, wenn das Gelände beispielsweise etwas steiler ist. Wer sich die Berge im Portrait-Episode über den Großglockner angesehen hat, der wird wissen, dieses Problem wurde zum Beispiel am Großglockner schon zu einem Problem, das uns tatsächlich auch betrifft als Bergsteiger. Man muss Wege neu überlegen, man muss sich überlegen, wie man eine Steinschlagzone, die neu entstanden ist, umgehen kann. Denn im 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert gab es diese Steinschlagzonen gar nicht, weil alles sehr sicher unter dem Eis des Gletschers verharrte. Das Interessante am Gletschereis ist, dass wir als Bergsteiger irgendwie eine gemischte Beziehung dazu haben. Wir haben natürlich ein großes Interesse daran, weil es ist eine schöne Form, es ist etwas Mysteriöses, es ist auch irgendwo etwas Ausladendes und Abenteuerliches, weil eben auch die Gefahr besteht, dass man in die Gletscherspalten stürzt. Diese entstehen nämlich immer dann, wenn ein Gletscher irgendwo seine Neigung verändert und dadurch natürlich aufreißt. Das kann man sich vorstellen wie einen Kuchen. Wenn man den gerade hält, dann ist er natürlich eine sehr strukturierte Form, aber wenn man ihn etwas bricht und etwas knickt, dann kriegt er große und kleine Risse, je nachdem, wie stark man ihn eben knickt. Und dieser Kuchen, ja, der ist natürlich in gewisser Weise auch ausladend, weil in solche Risse oder eben in Gletscherspalten will man natürlich nicht reinfallen. Deshalb ist es ganz praktisch, dass wir diese Gletscherspalten auch oftmals mehr oder weniger gut erkennen können und somit Gletscher zu einem doch eher überwindbaren Hindernis werden. Ganz im Gegenteil dazu steht aber das Element des Steins, der Steinschlag. Wir haben sehr viele steile Wände, die eben nicht überwindbar sind, zumindest nicht ohne, dass man sich in extreme Gefahren begibt. Und hier ist natürlich der Bergsteiger in erster Linie betroffen. Das interessiert natürlich den Mann von Welt nicht unbedingt, wenn er nicht in den Bergen unterwegs ist. Aber das ist für uns schon ein wichtiger Faktor, denn viele Routen beispielsweise am Ortlar, aber auch auf anderen großen und berühmten Bergen sind heute eigentlich gar nicht mehr möglich, weil die Klimaerwärmung oder die Erwärmung beziehungsweise letztlich das Fehlen des Gletschers dazu führt, dass man immer mehr Steine hat, die eben auch runterstürzen können. Der Gletscher ist im Prinzip ein Bewahrer der Alpen, denn je weniger Gletscher es gibt, umso eher kann Erosion und der Steinschlag dazu führen, dass der Berg sich selbst abträgt und immer kleiner wird, in der Masse natürlich. Die Gipfel selber bleiben relativ lange so erhalten in ihrer Höhe, aber oftmals passiert sogar das, dass mal der ein oder andere große Felssturz passiert und ein Gipfel um den ein oder anderen Meter kleiner wird. Aber insgesamt verlieren diese Berge, wenn sie keinen Gletscher mehr haben, sukzessiv an Masse. In der Wirklichkeit war es tatsächlich ja mal so, vor vielen Jahren, vor vielen, vielen Jahren, dass die meisten Gletscher, die meisten Berge selbstverständlich von Gletschern bedeckt waren, hier in den Ostalpen, natürlich auch in den Westalpen. Hier war es nämlich so, dass nur diese ganz kleinen Gipfel, diese Zipfel, diese ganz, ganz steilen, felsigen Formationen, waren vor tausend Jahren noch das Einzige, was tatsächlich so rausgeschaut hat teilweise. Und das wurde eben über die letzten tausend, nein, eigentlich über die letzten 5000 Jahre immer, immer weniger, so dass man heute eben, naja, letztlich die freien Berge stehen hat, die sich jetzt so frei bewegen können, beziehungsweise frei ihre Elemente auch von sich lösen können. Das bedeutet, wenn sich so ein Gletscher immer weiter akkumuliert, also die Schneemassen immer weiter akkumulieren, dann führt das dazu, dass wir mehr Gletscher haben, dass wir einen dickeren Gletscher haben, der sich auch wieder weiter in der Horizontale auch ausbreiten kann, weil diese Täler natürlich nach oben hin immer breiter werden, nach unten hin spitz zulaufen, so dass wir dann breitere, größere und dickere Gletscher letztlich haben, was sehr, sehr gut wäre eben, um beispielsweise den Steinschlag zu verringern, aber auch die Süßwasserspeisung langfristig zu gewährleisten. All das wäre wichtig und richtig, aber jetzt kommen wir eben auch zu dem Problempunkt, nämlich wir können das gar nicht beeinflussen, oder zumindest nur sehr, sehr absurd beeinflussen, wie ich gleich nochmal kurz erwähnen möchte. Das Interessante an den Gletschern ist, dass wir an ihnen zwar messen können, wie groß, wie dick sie sind und wie schnell sie weniger werden, aber wir können überhaupt nichts dagegen tun, außer zuzusehen. Ja, natürlich könnte man die Erderwärmung möglichst stark zurückfahren, unter Anführungszeichen, zumindest in den Punkten, in denen der menschengemachte Klimawandel hier etwas dazu beiträgt. Aber selbst wenn wir das nicht tun würden, es ist nun mal die Entwicklung der Erde, dass es wärmer wird, nicht so warm, wie es ohne uns Menschen werden würde, aber trotzdem letztlich wärmer und deshalb würden die Gletscher also zurückgehen. Was wir also machen, wir sind Beobachter und schauen zu, wie diese Gletscher immer kleiner werden und wir sehen in den letzten 100 Jahren, sie werden viel, viel schneller kleiner als davor denn wir Menschen geben natürlich mit dem menschengemachten Klimawandel auch ordentlich Gas, was das betrifft. Ha, wortwörtlich, ach mein Gott, so guter Witz, ja gut. Und dieser menschengemachte Klimawandel führt natürlich dazu, dass wir die noch schneller abschmelzende Gletscher haben, wir haben noch mehr Probleme mit Steinschlag, wir haben noch mehr Probleme mit der Süßwasserversorgung und so weiter, das alles geht also nun viel, viel schneller. Wir wissen, Gletscher sind ein wichtiges Gut für uns Menschen, wir wissen, das ist ein wichtiges Gut für uns Bergsteiger. Warum tun wir das nun? Ich glaube, es gibt eine sehr, sehr geringe Wertschätzung für die Gletscher. Ich glaube, wir sprechen zu wenig darüber, dass Gletscher nicht nur in den Alpen, sondern auch in der Arktis und Antarktis maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass wir viele Tiere haben, die noch leben, dass wir viele Ausgleichsmechanismen, was den Klimawandel betrifft, jetzt noch haben, die wir dann irgendwann nicht mehr haben werden, wenn es diese Gletscher nicht mehr gibt. Und ich glaube, dass die Gletscher eben so eine Präventivarbeit leisten und Präventivarbeit wird letztlich eben nicht sehr geschätzt. Und das ist natürlich langfristig ein sehr, sehr großes Problem. Dieses Zuschauen und Beobachten des Gletscherschwuns macht natürlich auch irgendwo traurig und macht auch irgendwo vielleicht ein bisschen depressiv, weil man weiß, man kann eigentlich gar nichts dagegen tun und es wird immer mehr, mehr und es wird immer schneller vonstatten gehen. Heute ist es so, dass viele Nordwandrouten nicht mehr möglich sind, weil sie nicht mehr hoch genug liegen, damit überhaupt noch eine Eis- und Schneemasse ganzjährig, beziehungsweise überhaupt auch nur im Winter, so sich bildet, dass man einen soliden Firn oder eine solierte Eisauflage hat, um daran hochzuklettern. Das sind alles Faktoren, die machen Mürbe, gerade für uns Bergsteiger. Bergsteiger und wir sollten diesen Gletscher definitiv mehr zu schätzen wissen. Und wenn wir es schon nicht deshalb tun, weil wir gerne möglichst einfach über, naja, ich sag jetzt mal, einen Gletscher oder ein Gelände spazieren wollen, um auf einen Gipfel zu kommen und wenn wir es auch nicht deshalb tun, weil wir als Menschheit doch letztlich sehr stark vom Gletscher oder von den Gletschern abhängen, dann sollten wir es vielleicht ganz, ja, mal ganz, 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 ganz fundamental runterbrechen und sagen, sie sind halt auch sehr, sehr schön. Die Gletscherformationen, die man in Patagonien sehen kann, aber auch im Himalaya, die sind schon was ganz Beeindruckendes, denn sie sind sehr, sehr eigenwillig. Was Gletscher machen, wie groß sie aufreißen, was für Spaltenformationen man sehen kann, Eistürme, die sich gerade in Patagonien sehr speziell bilden, das alles ist wahnsinnig faszinierend und ist eigentlich nicht nur tatsächlich eine Wissenschaft für sich, sondern auch eine Schönheit und eine Kunst für sich, denn sie ist komplett in der Natur entstanden. Wir müssen dafür keine Gullis bauen, wir müssen dafür keine Wasserfälle irgendwie umleiten, damit sie im Winter gefrieren. Wir müssen dafür nichts in den Berg sprengen und wir müssen dafür auch nichts präparieren. Diese Dinge entstehen ganz von selbst und das ist irgendwie schade, wenn wir diese Dinge nicht versuchen wollen, so gut es geht zu erhalten, egal ob Patagonien, Franz Josefs Land, Arktis oder ja, was auch immer, Ostalpen meinetwegen oder im Himalaya eben. Natürlich ist der Gletscherzuwachs etwas, wovon wir uns verabschieden müssen gedanklich, denn naja, es wird eben immer wärmer, die Schneegrenze steigt immer weiter nach oben, das bedeutet, dass die Gletscher sich immer schneller im unteren Bereich bewegen, dass auch die Nährgebiete letztlich immer kleiner werden und die Zerrgebiete immer größer und ein Zerrgebiet ist immer eher schlecht, denn da wächst der Gletscher letztlich nicht mehr, sodass wir langfristig sowieso verkackt haben. Aber wenn man sich Bilder ansieht, wie vor 100 Jahren oder wie vor 50 Jahren noch die Gletscher in der Pasterze beispielsweise ausgesehen haben und wie sie heute aussehen, dann bleibt man in gewisser Weise fassungslos zurück. Und deshalb ist es auch ganz gut, wenn man mal eine Podcast-Episode den Gletschern widmet, denn ich glaube, jedes Mal, wenn wir einen Gletscher sehen, sollten wir uns freuen und sollten wir ihn schätzen und sollten wir auch einige Bilder davon machen, tatsächlich Bilder, denn wir wissen zu 100% und das kann die Wissenschaft heute belegen, dass sie in 100 Jahren zum Großteil gar nicht mehr da sein werden in den Ostalpen. Und ja, in 100 Jahren werden wir nicht mehr leben, aber ich persönlich bin sehr froh, dass es Bilder aus 1950 gibt, die die Pasterze zeigen und man sieht, ach du Scheiße, da war mal überall Gletscher. So, wirklich. Als ich das erste Mal vor sieben oder acht Jahren, ich glaube, es ist acht Jahre her, gesehen habe, dass die Franz-Josephs-Höhe damals auf der Pasterze an dem Punkt gebaut wurde, wo der Gletscher zu diesem Zeitpunkt endete und ich dann das erste Mal dort war, war ich schon ziemlich baff, denn damals war der Gletscher wahrscheinlich schon 30 Meter tiefer und vor allen Dingen mindestens 500 Meter weiter hinten und das hat mich ziemlich fassungslos zurückgelassen, wenn man sich einfach die Fläche dieses oder das Volumen ausrechnet, was in dieser Zeit schon abgeschmolzen ist. Ja, wir leben mehr oder weniger auch von den Gletschern und vor allen Dingen leben wir auch mehr oder weniger davon, dass sie Wasser abgeben, aber die Mengen, die der Gletscher aktuell verbraucht und in Wasser umwandelt pro Jahr, die sind ohnehin für uns Menschen, zumindest in diesen lokalen Regionen, zu viel. Wir brauchen diese Massen an Wasser gar nicht und sie binden eben eine langfristige Reserve des Süßmassers, die wir dann bald irgendwann vermissen werden und ich glaube, dass die Nutzung von Gletschern irgendwann, gerade wenn man an so perverse Ausmaße wie den Wintersport denkt, ja, dass wir diese Nutzung so bereuen werden und uns wünschen würden, dass wir wieder die großen Gletscher zurückhaben, die vielleicht etwas moderater das Wasser abgeben. Nun bin ich jemand, der ungerne über den Klimawandel diskutiert, denn ich weiß, es gibt Leute, die glauben nicht daran und mit diesen Menschen kann ich mich nicht identifizieren und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, denn es ist alles empirisch nachweisbar, es ist alles belegt, der Klimawandel ist belegt und auch alle Folgen sind mehr oder weniger gut zu prognostizieren und vor allen Dingen kann man anhand der Vergangenheit sehr gute Beobachtungen machen und dementsprechend auch Vorhersagen treffen. Wer daran nicht glaubt, kann das meiner Meinung nach durchaus machen, aber ich kann mich mit diesen Leuten auch schwer unterhalten, denn ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Unter anderem eben, weil man sich einfach nur die Gletscher der Ostalpen ansehen sollte. Also Bergsteiger, die glauben, dass der Klimawandel gar nicht so schlimm ist, die kann ich gar nicht mehr nachvollziehen und gar nicht mehr ernst nehmen, denn sie machen einen Sport, in dem sie direkt vom Klimawandel betroffen sind. Und da frage ich mich manchmal ja schon, wie naiv man eigentlich sein kann oder wie blind man durchs Leben laufen kann, wenn man das nicht glaubt, was man mit den eigenen Augen an einem Gletscher sehen kann. Ich weiß zum Beispiel, der Sulzenauferner hat da zwischen Sulzenauhütte, meine ich, und Sulzenauferner, dem eigentlichen Ferner, einen wahnsinnig großen See und man kann da im Sommer, vor allen Dingen im Spätsommer, zuschauen, wie Eistürme ineinander einstürzen, die am Sulzenauferner eben kurz vor der Steilkante abbrechen und in diesen See krachen. Und wenn ich mir überlege, dass der Sulzenauferner vor 50 Jahren nicht diesen See hatte, weil der See kein See war, sondern Gletscher, dann frage ich mich wirklich, wie jemand glauben kann, dass das einfach nur so passiert ist und ein Zufall ist. Nein, es ist Klimawandel, es wird auf der Erde wärmer. Und die Gletscher beweisen das und belegen das und ich glaube, es gibt in der Bergsport-Community ein großes Bewusstsein dafür, dass die Gletscher schmelzen und dass der Klimawandel darin schuld ist. Aber ich glaube, gerade in einem Sport wie dem Bergsport müsste die Quote diesbezüglich bei 100% liegen und da dürfte es eigentlich überhaupt keinen Diskussionsbedarf mehr geben. Egal, ob man in Argentinien aber auf einem Gletscher steht, im Himalaya-Gebirge, in Pakistan, in den Ostalpen, in Österreich oder am Denali in Nordamerika, vollkommen egal. Die Zeichen dafür sind überall sehr eindeutig zu erkennen. Insofern schwierig. Ich finde das sehr, sehr schwierig, darüber überhaupt noch zu diskutieren. Aber genau deshalb bin ich den Gletschern insofern auch dankbar und auch deshalb kann man hier eine Episode widmen, weil sie eben sehr, sehr eindeutig und ohne, dass man viel erklären muss und ohne, dass man sehr wissenschaftlichen Kontext verstehen muss, sich diese Dinge ansehen kann, den Gletscher ansehen kann und sehr viele Dinge, die gerade passieren, sehr, sehr gut nachvollziehen und verstehen kann. Der Gletscher ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, wenn wir uns über die Folgen des Klimawandels unterhalten wollen und über das, was in den letzten 100 Jahren hier eben auf der Erde nun mal passiert ist und das ist eine sehr, sehr gute Aufgabe, die der Gletscher in der gesellschaftlichen Perspektive heute erfüllt. Ich persönlich bin gern auf Gletschern unterwegs, egal ob im Winter auf den Tourenschien oder im Sommer einfach so auf einer Hochtour. Ich finde, Gletscher sind ein wahnsinnig faszinierendes Element. Sie bergen auch ein gewisses Restrisiko für Gefahren. Ich glaube, dass die Gletscher die sicherste Spielwiese sind, wenn man es mit den Alternativen vergleicht, wenn diese Gletscher nicht da wären. Insofern schätze ich sie sehr und ich werde sie sehr vermissen, denn wenn ich meine Lebenserwartung erfüllen sollte, dann werde ich das Ende der meisten Gletscher in den Ostalpen miterleben und ich kann mir das ehrlich gesagt heute noch überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, wenn man auf einen Berg geht, den man vor 30, 40 Jahren noch mit einem schönen Gletscher mit Steigeisenpickel und einem Seil begangen hat und naja, jetzt muss man eben aufpassen, dass einem kein Stein auf den Schädel kracht. Ich finde diese Vorstellung irgendwie frustrierend und schade. Ich sage nicht, dass wir Menschen daran schuld sind, dass es passiert. Wir sind nicht einzig und allein daran schuld. Es gibt den menschengemachten Klimawandel, es gibt aber auch eine Erderwärmung, die ohne uns stattfinden würde in deutlich geringerem Ausmaß. Insofern, so oder so, die Gletscher würden weniger werden, aber rein die Tatsache, dass wir oder dass ich die Gletscher in vielen, vielen Jahren so in diesem Stil nicht mehr sehen werde, macht mich betroffen und traurig, denn ich finde, die Gletscher sind eben ein wunderschönes Element, das meiner Meinung nach zum Gebirge gehört. Ich finde Berge ohne gewisse Eismassen nicht ansatzweise so spannend wie die vergletscherten Berge. Natürlich hat das Karwendel seine schönen Seiten, aber ja, meiner Meinung nach kann es definitiv nicht gegen die Berge irgendwo in den, naja, im Stubayer, im Gebiet des Stubayer Gletschers, des Sulzenau-Ferners, der Wildspitze und Co. mithalten. Nicht ansatzweise, meiner Meinung nach zumindest. Ich weiß aber nicht, wie ihr das seht, vielleicht sagt ihr auch, Gletscher gehen mir komplett am Arsch vorbei, ich komme hier irgendwo aus Norddeutschland, ich habe noch nie einen gesehen, ich habe da noch gar keine Beziehung dazu oder kann nämlich damit überhaupt nicht identifizieren, mit dem unterwegs sein auf einem Gletscher, es ist kalt, es ist nass, mag ich nicht, brauche ich nicht, aber jedenfalls sollte jetzt klar sein, dass der Gletscher auch abseits der ästhetischen Funktion und Anführungszeichen natürlich auch eine ökologische Funktion hat, die für uns langfristig nicht unwichtig ist. Insofern, egal ob man Gletschertouren mag oder macht oder eben nicht, er sollte uns definitiv nicht am Arsch vorbeigehen. In diesem Sinne, dieser Podcast war der einzigen Materie gewidmet, die vielleicht in 100 Jahren in den Ostalpen gar nicht mehr existieren wird. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berg Heil.